Beitrag. Ich denke, schöner hätten wir die Ausstellung hier heute nicht eröffnen können. Sehr geehrter Herr Kuhner-Lean, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, geehrte Gäste hier, ich bin ja schon vorgestellt worden als Kulturstadträtin hier in der Zürich, mein Name ist Beurig, ich freue mich sehr, dass wir gemeinsam, wir sind so verschwunden, wir sind schon wieder zusammengekommen, die Ausstellung hier eröffnen können. Sie haben auch Dank gesagt, dort stehen die beiden Mitarbeiter, Frau Dr. Gors und Herr Wehr, vielleicht könnt ihr es auch nochmal an Frau Krüger ausrichten, dass es dementsprechend ankommt. Also vielen Dank, dass Sie das würdigen, aber wir würdigen das auch und ich kann es jetzt umgekehrt nur auch als Dank sagen, wir sind ganz, ganz stolz, dass die armenischen Kulturtage Berlin 2015 natürlich hier auch im Kulturhaus stattfinden und dass wir hier diese Ausstellung heute eröffnen und dass wir diese Ausstellung auch zeigen. Also das macht uns sehr stolz und wir sind froh, dass Sie da an uns herangetreten sind. Also auch Dank von uns. Kommen Sie an der Stelle, Herr Dien, da können Sie mal. Dankeschön. Ansonsten sehen Sie ja die Kunstwerke, die Ihnen heute aufgehangen sind. Ich konnte es mir jetzt auch nur aufschreien lassen. Ich weiß nicht, ob es noch jemanden gibt, der uns das vielleicht jetzt anschließend etwas genauer erläutert, was wir hier wie gut sehen. Ich habe mir jetzt nur sagen lassen, Bilder und Grafiken von 30 Künstlern und Künstlern aus Armenien sind hier also ausgestellt bzw. aufgehangen und wie gesagt, wir freuen uns sehr, dass wir gemeinsam hier diese Tage begehen können. Danke. Applaus Applaus Applaus